Okay, wir sind bei der AR-1 aus Japan. Richtig, das ist unser Made-in-Japan-Modell im oberen Preisbereich einfach, wo wir alles weggenommen haben, was irgendwie Geld kostet. Also wir haben keine aufregenden Inlays drin, wir haben keine exotischen Hölzer, sondern wir haben jetzt keine besonders aufregenden Hölzer, sondern wir haben eine Sitka-Fichtendecke, was natürlich ein absolutes Qualitätsmerkmal ist und wir haben einen wunderschönen Mahagoni-Korpus, also Zargen und Boden und das Ganze kombiniert halt mit unserer japanischen Fertigung im Werk in Japan. Das ist letztlich das, was, as good as it gets, möchte ich mal sagen, was im akustischen Bereich, was man machen kann. Also die Gitarre ist wirklich runtergetrimmt auf das Allernötigste, was man optisch braucht und hat dafür alles, um den bestmöglichen Klang zu erreichen und deshalb heißt sie auch die AR-E1. Also das ist das Flaggschiff-Modell für unsere AR-E-Serie, die klanglich überzeugt und die muss man echt angetestet haben, um mal die komplette klangliche Fülle zu erleben, was eben eine AR-E-Serie bieten kann. Ich habe es vorhin gespielt, klingt mega fett. Mega fett, super Höhen, super Mitten, Wahnsinn. Ja, ein sehr, sehr schönes Modell und wie gesagt eine Neuheit und ich freue mich sehr, dass wir die AR-E1 haben, dass man, ich sage mal, in einem Mittelpreissegment die volle japanische Handwerkskunst erleben kann. Vielen Dank. Vielen Dank.